R-E-W-R-M-S-I-D-E Wir drehen! Wir drehen! Schneiden wir sowas von ins Video. Ja, oder was geht denn? Willkommen zu diesem Video! Geiler Anfang an der Leute, meine Hand ist weggeflogen. Ist das nicht krass? Oh mein Gott, was passiert? Ich habe ein bisschen gespuckt. John und ich haben uns ein langersehntes Format zurückerkämpft. Was? Was? Gar keinen Sinn. Wir haben uns ein langersehntes Format. Ah! Zurückerkämpft! Wir werden uns heute gemeinsam wieder Instagram-Stories nachstellen. Instagram-Stories, genau! Das ist eine geile Idee eigentlich, oder? Leute, bei 100.000 Daumen da oben stellen wir Instagram-Stories nach, yes! Aber ich würde sagen, wir fangen erst mal mit ein paar Instagram-Bildern an. Wir haben uns mal wunderschöne Instagram-Bilder rausgesucht. Und jetzt heißt es für uns beide, diese Bilder nachzustellen. Ich habe Bilder von Stars wie K1, äh, YouTubern, äh... Das war's. Ja, das war's. Ich würde sagen, Leute, wir fangen mit dem ersten Bild an von Paluten, der auf diesem Bild aussieht wie K1. Ich brauche irgendwas in der Hand, ein Mikrofon, und ich brauche das hier. Halt das mal ganz kurz. Ich hänge so. Äh, äh, nicht auf dem Knie. Sieht genauso aus, oder? Das muss auch deine linke Hand zeigen, ja. Nicht ansatzweise so aus. Falsche Hand erst mal. So? Ein bisschen mehr zur Seite. So? Nein, also deine Hand, ja, wenn ich es runterhängen lasse. Ja, und jetzt noch ein bisschen höher. Und dein linkes Knie noch ein bisschen nach innen. Ja, so ist gut. Ein linkes Knie, das ist rechts. Okay, 3, 2, 1. Hey, Leute! Uh! Oh Gott, Alter, man hat wahrscheinlich keinen Unterschied gesehen, oder? Man sieht das Foto natürlich immer, das wird auf jeden Fall eine schöne Arbeit für Thomas sein, immer die Fotos einzublenden, aber das ist mir in diesem Fall egal. Jetzt habe ich hier ein Foto von der Mode-Page gefunden, denke ich auf Instagram-Folge. Keine Ahnung warum, das sind echt wilde Klamotten tatsächlich, oder? Sieht aus wie ich. Ja, und jetzt würde ich sagen, Jody, ich bin das Fahrrad, ich bin das Fahrrad und du musst dich jetzt auf mich draufsetzen. Alles rum, dein Kopf muss da hin, wenn das T-Linker sein soll. Ich bin das Fahrrad. So, und Thomas muss da hingehen. Ich bin dein Fahrrad. Hier. Und jetzt musst du abgleichen, Thomas. Was muss ich machen? Setz dich auf seine Knie und nimm seine Hände. Und jetzt der Gesichtsausdruck. Guck, ein bisschen komisch. Super komisch. Und wie gucke ich als Fahrrad? Warte, Jody, du musst dein rechtes Bein noch auf seinen Bauch legen. Ich falle um, wenn ich das mache. Nicht, das ist doch dreckig, du bist in Kette bestimmt getreten. Jetzt eine Kamera gucken. Du wirst doch bestimmt in A, wir treten nie. Sieht super aus. Perfekt, dann haben wir das auch schon geschafft. Klappt es. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Machen wir natürlich direkt weiter mit dem nächsten Bild, meine Freunde. Ihr dürft uns auch gerne in die Kommentare schreiben, welches wir am besten nachgestellt haben von den gesehnen Bildern. Ich würde sagen, komm, wir sind in diesem Bild von Samus Limani. Ein Apfelberglassik, warte. Ich setze mich hin, ich setze mich hin. Jody, halt mal das Handy, komm mal her, komm mal her. Komm her, komm her, ich setze mich hin, ich setze mich hin. Ich setze mich hin, ich setze mich hin. Nein, das Gesicht ist so und dann nach da und dann ein bisschen so, so, ja, so. Perfekt. Alter, kein Unterschied zu erkennen, Wahnsinn. Okay, Leute. Jody, ich habe jetzt hier noch ein Bild von Freddy gefunden, da kannst du den Kandidaten da hinten nehmen. Oder wobei, nimm dir einfach den Kopf da, nimm dir einfach diesen Kopf, der da hängt. Denn du kannst jetzt dieses wunderschöne Bild mit Freddy und... Ist das eine Puppe? Ich glaube, das ist eine Handpuppe mit Sturmhoffel-Handpuppe nachstellen. Oh mein Gott. Setze mich hin oder stell dich hin. Ich glaube, der steht auch. Ich glaube, der steht auch. Ja, eigentlich hat Freddy keine Expression. Freddy hat keinerlei Facial Expression an dieser Stelle. Du musst deine Haare noch zu so einem Bart machen. Wie Freddy. Ja, warte, genau. Warte, ich habe den Bartfisch halt gewartet. Sau gut. Alter, unnormal. Unnormal. Unnormal schönes Gesicht mit Barthaaren. Wirklich. Klasse, toll. Okay, jetzt meine Freunde, bewegen wir uns auf einem Disziplinsfeld, was auf jeden Fall schon schwerer wird. Und zwar brauche ich jetzt einen dritten und zwar muss ich Donald Trump holen. Denn wir werden jetzt ein Bild von unserer wunderschönen Bundeskanzlerin nachstellen, meine Freunde. Ich würde sagen, der Kerl, der da auf dem Tisch sitzt oder auf dem Sofa sitzt, das ist einfach ein Zombie, wie in der Politik auch. So. Den setzen wir einfach hier so hin. So, der sitzt so. Glaubt, da ist jemand gestorben? Jody? Guck mal, ich habe schon den Typen dahin gesetzt. Cool, aber warum den Typen? Wir sind doch noch zu dritt. Donnie. Ah, gar nicht. Donnie, stehen bleiben. Ich muss mal gucken, was kommt. Ich muss standhaft sein, Alter. Ich weiß, dass es gerade nicht so groß ist, ich fühle mich aus, ich alles, aber... Donnie! Das teuchelt man nicht, du Assi. So, bleib stehen. Der steht so, wir müssen den Spiegel verkehrt machen. Eigentlich muss Donnie noch hier sein, aber der fällt um, wenn der da ist. Hast du meinen... Ich schuld dir den Blumentopf. Du hast meinen Kaknustopf kaputt gemacht. Geh rüber und filmen das, Thomas. Jody? Das ist nicht dein Ernst. Du hast Petrit kaputt gemacht. Das Ding ist ganz. Das ist nur... Gottes Willen. Nur Behinderte hier. So, Donnie, steht da? Donnie, steht da. Ich sitze hier so. Ich sitze hier so. Hä, sitzt du gar nicht? Doch, und du bist Angela Merkel. Niemand sitzt so auf dem Foto. Der schon. Nein. Aber wie soll ich mich so da hinstellen? Das funktioniert doch gar nicht. Ja, Thomas müsste davon hier fotografieren. Dann dreh dich einfach in die Kamera halt irgendwie. Äh. Das steht. Okay. Und jetzt musst du mich halt so angucken. Nein, Donnie, nein, Donnie, nein, Donnie, nein, Donnie. Egal, Donnie liegt in diesem Bild, okay? Das ist nicht so wichtig. Der Zombie, der gehört mit uns dazu. Donnie könnte ja einfach dieser Typ sein. Warum wird Donnie nicht der da? Donnie ist jetzt... Okay, pass auf, Leute. Wir blenden nochmal um. Also, Donald ist der Kerl, der hier liegt. Ich bin der stehende Dude. Und Jody, du bist Angela Merkel. Ja. Du beugst dich so runter zu diesem Donald. Siehst du diesen Blick? Siehst du ihn? Okay. Drei, zwei, eins. Nerven, schau. Perfekt, Armin Akkoll. Sehr gut, Donald. Du hast es ausgeliehen. Ich würde es halt nicht schnell mal wieder hier in deine Ecke hin. Gott, das wäre in der Arm. Ich will von Paluten sowas von neuen Pappaussteller haben, Alter. Machen wir weiter mit dem nächsten Bild, Leute. Auch ein sehr schönes Meisterwerk. Jody? Ja. Versuch das nachzustellen. Mach nach. Leg dich auf den Boden, mach das nach. Warte. Ich habe auch schon eine Idee, wie? Leg dich mal hin. Leg dich mal hin. Leg dich mal genau so hin. So. Nein, nein, nein. So ist falsch. Erstmal die Motorhaube. Motorhaube. Arme lang machen, so. Ich habe mein Pinter, wenn ich... Ja, ja, kein Ding. Motorhaube bilden. So sind die Reifen. Du musst noch einsteigen. Ziemlich einer drin in dem Bild. Geiler Mercedes, Leute. Oder wie auf dem Bild. Ist ja super. Jetzt fahren wir mal eine Runde hier um den Vlog. Kommen wir direkt zum übernächsten Bild, weil das nächste lassen wir einfach raus, Leute. Ganz klar. Das nächste Bild ist... Oh, Bibi und Julien, das kriegen wir hin. Setz dich auf die Couch. Oh, sausten. Come next to me. Come next to me. Baby. Ich habe auch eine Uhr, warte. Das passt sogar. Und ich lache mal wieder woanders hin. Du lachst mich halt so mit zurückgelehntem Kopf an. Good time. Union. Super. Perfekt. Haben wir das auch schon erklärt, meine Freunde. Jetzt springen wir zum letzten Bild, was ich übersprungen habe. Und zwar ist es dieses Bild von zwei YouTube-Künstlern, die Jodie ausgewählt hat. Einmal Face Banks und einmal... Eliza Violett. Das können wir hier ganz gut machen, Leute. Passt mal auf. Ich sitze hier so, ich bin Face Banks und ich gucke so richtig abgefuckt. Warte, ich muss mir noch eine Kappe holen. Kleinen Moment. Du hast deine Hand so an meinem Ass, aber nicht so nähen. Sondern so. Mhm. Bisschen nur so. So, ja. Okay, drei, zwei, eins. Voll. Super, Mann. Super, Mann. Okay, du kannst jetzt... Du kannst... Ja, man kann auf jeden Fall keinen Unterschied erkennen. Ich würde sagen, wir kommen direkt zum nächsten Bild, meine Freunde. Das ist ein absoluter Klassiker. Dem würde ich jetzt gerne einmal nachmachen und auch einmal Jodie. Und zwar ist es das Lippenbild von Baby's Beauty Palace. Ihr kennt es alle, Leute. Ich bringe mich ganz kurz in Form. Moment, ich muss ganz kurz. Super, man erkennt keinen Unterschied, Jodie. Now it's your turn. Mhm. Genau. Dann kann ich lachen dabei. Nee, darf man auch nicht. Die Augenbrauen ein bisschen höher ziehen. Hier so. Als würdest du quasi so. Ja, Mann. Optimals. Okay, Leute. Jetzt haben wir noch ein sehr schönes Bild von Dagi, wie und Eugen hier. Ich würde sagen, wir machen einfach was anderes in der Runde. Kein Helikopter, sondern ein Pool voller fetter Kinder. Passiert auch oft, Jodie. What the fuck? Thomas, du fotografierst hier quasi über meine Hand hin rüber. So, komm mal her. Du stehst genau so, genau so. Entspann dich mal. Mann. Mann, ich bin Eugen. Ich muss immer arbeiten. Okay. Drei, zwei, eins. Turnaround. Geil, Alter. Richtig geil. Okay, Leute. Jetzt haben wir noch ein weiteres Bild von Dagi, wie und Eugen. Und zwar das hier. Ja, Augenklassiker. Du stehst so. Nein, hör auf, hör auf. Hand. Mann, jetzt lass doch mal die Hand an den Kopf. So, lachen. Genau. Und ich fass so ein bisschen an deiner Boob. Das hättest du wohl gerne. Das ist da auch so, guck. Ja, das habe ich jetzt ausgesehen. Hättest du die andere Hand, du Dummkorn? Ach so. Und was mit der Hand? Was? Die Hand, ich habe so einen Drink. Ja. Da mache ich so. Ich bin fertig. Okay, jetzt komme ich und grab so ein bisschen slightly deine Boob. Wo ist die? Ich muss die Boob grabben. Nein, du musst so an der Seite nur. Und ich habe so meinen Kopf so über dich so. Perfekt. Kommen wir jetzt zu einem letzten Bild, meine Freunde. Und zwar haben wir hier einmal Marion und Tobi rausgesucht. Und ein sehr schönes Bild. Jetzt für die ganzen Joby-Shipper hier, genau das richtige Jody. Get on me. Get on me, get on me, get on me. Alter, du bist gar nicht so leicht wie Maren. Wo weißt du das? Okay, mach genauso wie auf dem Bild. Du musst dir tun, als wäre sie nicht schwer. Es ist schwierig, weil sie ist schwer. Okay, los. Du musst dich angucken, hallo. Okay, Leute. Ich würde sagen, wenn wir jetzt schon über 10 Minuten sind, kann man das Video beenden. Thomas? Ja? Kriegen wir es hin? Kannst auch ruhig mit der Kamera antworten. Sehr gut. Leute, ich würde sagen, ich hoffe, es ist ein wunderschönen Video. Wenn ihr mehr davon sehen wollt, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Bei 100.000 Likes machen wir Instagram-Stories von Pornostars. Etwas, was? Pornostars nach. Und ich würde sagen, Leute, ich verabschiede mich. Macht's gut. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Musik Musik Bis zum nächsten Mal.